Das Hotel Basel Toc Ancun Beach Resort liegt in Cancun in Quintanaro. Das Hotel Basel Toc Ancun Beach Resort ist sehr beliebt unter den Gästen 91% empfehlen das Hotel. Weiter, das Hotel hat eine sehr gute Bewertung was den Service, das Essen, Ambiente und die Lage anbetrifft. Die 20 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 20 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,4 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,3 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Zimmer Sauberkeit Häufiger Wäschewechsel Gute Ausstattung wie Fernseher und Balkon Das macht ein sehr gutes Zimmer aus. Die Hotel Gäste sind sehr zufrieden mit den Zimmern und vergeben 5,2 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen. Service 5,1 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5 Sonnen von 5 Sonnen widerspiegelt. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.